Und ich lasse, ne, wenn ich so lasse, schaut das doch scheiße aus. Es ist ja immerhin eine Höhle. Ha, ich hab's. Ich passe es dem hier an. Aber erstmal muss ich hier noch das hier alles fertig kriegen. Weg machen. Anpassen kann ich's später. Okay. Oh, jetzt wenn ich Essentials drauf hätte, das würde so schnell gehen. Einfach mal ein kurzer Rechtsklick und Po. Einfach nur, zack, Stein weg. Und wenn ich hier drückt halte, ein paar Dutzend Steine weg. War doch Essentials, glaub ich, oder? Ich glaub schon. Heißen! Holen wir uns gleich aus dem Boden. Die Reihe machen wir noch fertig. Die nächste, glaub ich, auch noch. Weil da sind bestimmt links daneben auch noch Eisenstücke. So. Und, ja, dachte ich's mir doch. Das ist wieder so ein Vierer-Eisenstück. Eisen. Oh. Schade. Das können wir aber gleich so lassen. Denn... Bicke haben uns ja früher oder später, wohl eher später, sowieso nach unten. Bin sowieso gespannt, wie viel wir heute noch schaffen. Also ich bezweifle, dass wir heute die ganze Lava-Grube noch fertig kriegen. Also, von den Umrandungen her, meine ich. Obtragen sowieso noch lange nicht. Okay. Hm. Ich schätze mal, wir werden... Ja, das müsste ich erst mal wissen, wie... Wie viel Uhr ist jetzt? Wie viel Uhr hätten wir's denn? Ja... Halbe Stunde noch, dann hab ich zwei Stunden aufgenommen. Also eineinhalb Stunden nehm ich jetzt ungefähr auf. Eineinhalb Stunden werd ich noch ungefähr aufnehmen. Ja, ich schätze, ein bisschen mehr wie die Hälfte werden wir schon schaffen. Vielleicht sogar ein Dreiviertel. Aber alles glaub ich nicht. Beim nächsten Mal könnten wir sogar fast fertig werden mit dem Ausheben der Lava-Grube. Ah, okay. Hier ist die Brücke. So, und? Was? Ach, nö. Weil ich den Vollbildmodus beendet hab, ist das Bild wieder weitergesprungen bei YouTube. Okay, das Bild will ich haben. Irgendwann der Fan ist ein Zombie. Hab mir heute... Ihr werdet's euch vermutlich denken. Ne, ich glaub, das sag ich noch nicht. Das sag ich noch nicht. Aber ich sag mal, ich hab mir heute den Kommentar mal wieder durchgelesen. Ich hab ja bei meinem Vampire Stone wieder einen Kommentar bekommen. Hab ich mal ein paar Kommentare wieder durchgelesen. Und... Äh... Zwei? Und da hab ich bei der ersten Folge wieder einen Kommentar von Mr. Playfail gelesen. Von dem hört man ja auch... Höre ich ja auch gar nichts mehr. Äh, der wollte ja auch beim Vampire Stone 2 jetzt playen. Ich weiß gar nicht, ob er das fertig geschafft hat. Von dem hört man ja auch gar nichts mehr. Von dem hört man ja auch gar nichts mehr. Schade. Äh, so. Das erste geht noch. Das hier geht noch. Oh. Aber die Spitzhacke geht nicht mehr. Ah, okay. So. Zack, zack, zack. Zack, zack. Äh. Der Kies kommt weg. Sonst noch was, was wegkommt? Nö. Okay. Dann... Doch, die Spitzhacke. So. Zurück. Den Creeper töten wir, bevor er uns angreift. Also bevor er auf die Idee kommt, uns anzugreifen. Kohle. Das lasse ich mal eben kurz. Da ist der nächste Creeper. Ja gut, ein Vorteil ist schon, man sieht die Monst... Oh nö. Mist. Man sieht die Monster bereits aus der Ferne kommen. Das ist ein Vorteil. Äh, so. Jetzt will ich aber erst mal die Kohle. So. Einfach mal nach oben hier. Mist. Hallo Kohle. Boah, das ist aber ein großes Vorkommen. Vermutlich haben wir hier zwei wieder aneinander gefunden. Oder gibt es so große Vorkommen? Das weiß ich gar nicht. Da bleibst du. Boah, geht schon. Ja okay, es war doch nur ein kleines, glaube ich. Also ein normales. Aha, wohl. Hier geht's noch weiter. Könnte doch ein großes gewesen sein. Zwei. Das waren sicher zwei. Eins in die Richtung und das andere in die Richtung. Auch nicht schlecht. So, und das wird jetzt alles wieder dicht gemacht. So, das auch. Alles dicht. So. Und runter. Hallo Zombies. Das ist ja noch einer. Wird schon Spaß, wo ich den gehen lasse, ne? Okay, da kommt jetzt ein maler Stein rein. Wieso kommt der von da hinten? Überhaupt ein Tropf. So, das war jetzt der eine daneben. Der nicht. Der nächste daneben. Der geht auch noch. Ja, der geht auch noch. So. Aber beim nächsten sehe ich dann die erste Mauer wieder. Oh. Da muss sich was ändern. So, und zwar ist die erste Mauer genau die hier. So, und daran kann ich mich jetzt dann wieder orientieren. Und dann kann ich die Skelett... Okay, da gibt es nur einen Schädel und sonst nichts. Puh. Dachte schon, ich hätte jetzt eins zu viel. Ähm. Den Schädel kann ich aber machen. So, da haben wir den haben wir, wo haben wir den denn? Äh, der ist hier. Da dazwischen. Und zwar hier, da dazwischen. Und hier. Hier. Hier ist der Schädel. So. Und sonst ist da gar nichts zu sehen. Äh, so wie mache ich das jetzt am besten? Ähm. Das hier ist... Ich nehme das jetzt mal als, äh... Neh, das hier nehme ich jetzt mal als Mark. Das hier ist sozusagen Nullstein. Und egal ob es jetzt nach links oder nach rechts geht, der Abstand von dem hier, äh, den gehe ich da nach innen. Also hier zum Beispiel haben wir jetzt drei, die den Abstand nach innen haben. Äh, um eins. Also werde ich hier auch drei um eins machen. So. Dann haben wir hier wieder den Nullstein. Hier geht er um eins. Oh, ich dachte ich hätte noch ein bisschen mehr Zeit. Ähm, so. Das hier war der Nullstein. Eins. Hier haben wir dann drei. Äh, und zwar ganze dreimal. Eisen. So, diese drei hier. Jetzt werden die doch schon ein bisschen älter gestört. Diese drei hier geht's rein. Ganze drei. Also, das ist jetzt der zweite. Eisen. Und das dritte. Schon wieder. Okay, dann haben wir hier vom Nullstein zwei. Zweimal für die Brücke. So. Fertig. Und dann wieder drei bis hierher. So. Das ist jetzt ein zwei. Und drei. Eisen. Und dann geht's plötzlich so nach vorne. Ich weiß nicht. Ja, okay. Es ist aber eine Höhle. Also, das kann schon durchaus vorkommen. Ups. Jetzt aber. Jetzt war das Eisen hier. Noch mehr Eisen. Ich bring dich um. Okay, eigentlich ist es schon tot. Ich hab ihn trotzdem umgebracht. Äh, so. Das hier muss ich wieder zumachen. Zack. Und. Zack. Aber das hier, das wird dann sowieso gemacht. Ja, okay. Das hier muss ich aber auch zumachen. Oh, schon wieder fehlt der Rückschlag. Äh. Ich holte mir erst mal den Mini-Zombie. Der Mini-Zombie spackt rum. Äh, so. Kommt jetzt von der Links. Die sind vermutlich da unten. Ja, da hinten hab ich aber noch ein Skelett. Das will ich auch noch schnell töten. Äh. Und da ist wieder ein Skein. So, jetzt hab ich sogar zwei gehört. Einen großen und einen kleinen. Okay, jetzt haben wir das. Okay. Das. Ein blauer Mini-Zombie hier. Mit der Korre. Warte. Da haben wir doch gerade die Monster getötet. Äh. Sind die schon wieder weg? Äh, da. Ich hab' keinen Platz mehr. Äh, ich hab' keinen Platz mehr. So, das kommt auch gleich da rein. Äh, ich hab' keinen Platz mehr. Ich hab' keinen Monster gesehen. Hoffe ich doch zumindest. Ich würd' endlich mal wieder ein bisschen weitermachen. So, aber jetzt. Äh, ach, die Korre konnte ich auch schon nicht nehmen. Ja, egal. Ähm, gut. Äh, das war jetzt das... Das nächste geht auch... Äh, ist auch hier. Der nächste Zombie. So, haben wir das. Äh, einer noch. So, dann. Der nächste geht... ...eins nach oben. Hm. Aber ganz ehrlich... ...siegt doch eigentlich okay aus, oder? Ein verzauberter Kettenwenn. Und wie er rot leuchtet, hoffentlich droppt den. Ah, gar nichts hat er getroppt, der Typ. Der, der. Äh, gut. Äh, machen wir hier weiter. Bevor das nächste Monster kommt und uns stört. So, Spitzacke brauchen wir eine neue. Ja, aber es wird schon, oder? Muss man schon sagen, es wird. So, weg. 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 Passt. Ach, das auch noch weg. Dann hier. Weg. So. Ich glaub, der ist da unten drinnen in der Höhle, der Schleim. So, dann haben wir das, was habe ich denn dazu gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Äh, dann. Der nächste ist auch wieder auf dieser Höhe. Nee, hier. Nee, hier. Nee, hier. Oh, Eisen. Eisen. Wir holen wir uns gleich mal. Okay, ich hätte gedacht, da würde jemand kommen. Egal. Nö. Keiner. So, das nächste sehe ich nicht mehr. Da muss ich jetzt weiterspulen. Nach vorne. Das war zu weit. Okay, äh, wo bin ich sie ungefähr? Da ist diese Spitz. Links von dem Spitz bin ich. Das müsste jetzt dreimal der gleichen sein, oder? Genau. Okay. Äh, das geht da einmal nach oben. Das ist jetzt ein Deja-Vu, das hätte ich das schon mal gehabt, das hätte ich das geträumt. Das bleibt jetzt die Reihe, bleibt das jetzt so, das heißt dann nichts auch. So. Wie sieht das eigentlich mit unserer Rüstung aus? Ja, die hört noch einiges aus. Ich glaube, der links ist irgendwo eine Höhle. So. Mal nachdenken. Wie sind das hier? Eins, zwei, drei sind das. Zwei habe ich, drittes fehlt noch.